Willst du? Ja, gerne. Hallo. Geht's dir gut? Mir geht's hervorragend. Wer hat dich heute ausgestattet? Meine Mama. Deine Mama macht es richtig schön. Guck mal, wie toll er aussieht. Ich probiere das auch. Und sonst? Läuft bei mir. Bei mir läuft. Läuft richtig rund. Ich hab heute so eine Butter abgelöst. Die war so gut wie noch nie. Ich hab jetzt eigentlich noch einen Butterstift, der kann so perfekt sein. Ich kann dir den ja vorhaken. Willst du ein bisschen schenken? Soll ich dir den auch tragen? Ja. Ja. Pass auf, ich trag ihm jetzt meinen Lippenstift auf. Bin ich super. Hast du schon meinen Lippenstift getragen? Nein. Okay, this is the first, guys. Kann ich mal so einen Drumroll haben? Ich mach's dir mal. Leute, ich mach's eben jetzt mal. Mama, los. Mehr. Mh, mh. Mh, mh, mh. plementziej. Mh, äh. S evening Jetzt muss ich ihn mal so machen. Mh, 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 mh. A, mh. Jetzt muss ich die Zähler aber nochmal ablecken. Jetzt muss ich mal dezent abs lijken. Ich mach's nicht. Schade. Mach mal so. Du hast es komplett gut verschmitten. Scheiße. Das ist auch egal. Manchmal auch Reporteuse. Auf den Hasen sind die größten Töpfchen auf diesem Planeten unterwegs. Mir geht es immer noch gut. Ich bin geil geschminkt. Das ist die Nummer 1. Ich hoffe, du hast noch viele Nummer 1 daneben. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir.